Warnung, bei diesem Video handelt es sich um ein soziales Experiment, mit MCB, auf der besten Plattform der Welt namens TikTok, bitte keine rassistischen Äußerungen oder allgemeine Beleidigungen in den Kommentaren, danke. Hast du einen YouTube-Kanal? Sag mal deinen Namen, ich abonniere dich. Los. Meinst du? Ich auch, ich auch, ich auch. Da steht dir auf Feuer weg oder nicht? Sag jetzt deinen Namen. Ich habe erstmal eine Frage gestellt. Nee, ich habe eine Frage gestellt. Tja, goofy, Alter, so schon mal gar nicht, Fräulein. Warum bist du so frech, Alter? Ganz schön frech für dein Gesicht, ne? Ja, man sei immer so frech, Alter. Dein Gesicht tut mehr als ich. Ich habe dich eine ganz normale Frage gefragt, Fräulein. Fräulein? Mach mal dein YouTube mit deinen einen Abonnenten. Ich habe mich selbst abonniert. Ich habe zwei Abonnenten ungefähr. Ja, ich fühle mich ganz cool. Das ist mir echt peinlich, Alter. Du kannst ja wirklich flüssig Deutsch reden. Ja, ne? Im Gegensatz zu dir bin ich keine Schlafablette. Essen. Das ist ein soziales Experiment. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt. Mehr oder weniger freiwillig. Sie schauen sich immer mehr in die Tasche, Alter. Richtig gut. Du goofy. Goofy, sagst du, was? Das ist genau so einer, Leute. So einen Menschen. Niemals vertrauen. Guck mal, wie der aussieht, Leute. Stimmt noch ein Kinderzimmer, oder? Ja, genau. Müsst ihr morgen nicht zur Schule? Nee, nee. Mach mal. Hier. Ey, Sebastian, kann... Nee, nee, nee. Fällt dir nicht mit um, ne? Wenn ihr verliert, ja. Jetzt komm. Komm, mach mit. Sonst... Ey, da geht noch was, oder? Da geht noch was, ne? Da geht aber noch so einiges. Würde ich nicht damit leben, dass irgendwie Leute mehr als ihr habt? Ja, ja. Das ist echt traurig, aber okay, naja. Sechte Verlierer, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Das geht, Devin. Ihr Internet, Rambus, Alter. Mein Schwein, das Handy aufzeigen. Das ist richtig. Danke euch. Das sind euch. Danke. Zwölf Abonnenten, tut mir leid. Ich entschuldige dafür bei euch allen. Das ist ja nichts dafür für deine Einschränkungen, ne? Ja. Ja, das mache ich wirklich. Alles gut, na. Es ist alles leid. Zeig dich mal nochmal, ob du riecht wein. Zeig mal, ob du riecht wein. Du bist ja böse, ey. Goofy. Goofy. Goofy, du. Tut mir leid. Du, warum war küsst? Tut mir leid jetzt. Oh, du. Tut mir leid. Ich muss das jetzt beenden. Tut mir wirklich leid. Weil, dass ich so auf Fahrt gemacht habe, das ist scheiße von mir. Wirklich. Ich finde raus, wo du wohnst. Sterb. Heute nicht. Digga, ohne Witz. Ich weiß aber auch nicht, wie ich rauskomme. Ja, aber ich habe euch trotzdem nie... Ich auch gehört. Ich nehme das alles nicht so ernst. Ohne Scheiße. Ich bin zu blöd dazu. Ich schwör's dir, Alter. Ich hab mal ne Frage. Ja. Kennt ihr dieses Sprichwort mit Glashaus und so? Boah, geh einfach, geh einfach. Geh mal Klima jetzt. Ich mach auch nur ganz höflich. Was? Nein, nein, nein. Ich meine, wie ist das? Ja, ja, wenn ich auf Glashaus mache. Ich mach mal. Man muss dann sehen, wenn man verloren hat. Nächstes Mal gehen wir wieder live, dann wirst du wieder fertig gemacht von uns. Verpiss dich, du Lauch. Ja, wenn du da bedacht bist, dann mach halt. Dann sind wir jetzt Freunde, mein Freund. Mach mich fertig. Wenn du Bock drauf hast, kannst du dir... Wenn es dir danach besser geht, dann ist es schön, dass ich dir dabei helfen kann. Du bist wirklich zu blöd dafür. Ja, das merkt man. Das sieht man an deinem Gesicht, wie du redest. Alles einfach. Du hast keine Freunde, ne? Stimmt. Ey, warum schickst du dir selber Punkte? Mach ich das? Achso. Ey, nicht wieder weinen, ne? Nicht wieder? Achso. Ich bin verblödet. Ich will doch gehen, aber ich kann da nicht... Ich bin zu blöd dafür, Alter. Mit dir will ich auch mal deine Freunde sein Text nicht. Du mal. Ich bin zu blöd dafür, Alter. Ich bin zu blöd dafür, Alter. Ich bin zu blöd dafür, Alter.